I've been waiting, I'm alive For someone like For someone like Ja Leute, was ist es? Willkommen zu diesem wunderschönen Video mit dem wunderschönsten Menschen der Welt Rebi ist dabei, ha, und Keni auch Ehhhhh Ich bin mindestens der zweit wunderschönste Mensch Ehhhhh, Leute, ähm Folgendes, es gibt einen neuen Modus und zwar hochexplosiv und zwar kann man den gerade nur im Team spielen meine Freunde, deshalb habe ich mir die hochexplosivste und bombastischste Person überhaupt eingeladen, verstehst du? Kelly, da ist das Wortspiel und zwar die liebe Kelly, aber bevor wir spielen Kelly, mache ich erstmal folgendes und ziehe mir den gleichen Skin an wie du, damit wir hier als Squads gemeinsam als Osterhase zusammen rasieren können Danke dir, Alter, ich wäre so gern ein richtig süßer Hase Kelly, ich glaube wir haben jetzt nochmal ein paar Randoms bei uns drin Das ist aber nicht schlimm, also zwei Randoms Ist gar nicht schlimm, Kelly Ach so, okay Dieser Modus, meine Freunde, der hat nur explosive Waffen, sprich Raketenwerfer, Lenkraketen, den Eierlauncher, Granaten Den Eier, was? C4, den Eierlauncher, Kelly Aha, den hätte ich auch gern Ja, das ist quasi Teil des neuen Updates Ich weiß nicht, ob die Vending-Maschinen jetzt schon drin sind, Kelly denn es gibt jetzt an den verschiedensten Standorten Vending-Maschinen, man kann Materialien gegen Waffen tauschen Ja, ja, habe ich schon gesehen gerade Hast du schon eine gespielt? Ich habe schon mehrere gesehen, ich habe gerade schon gespielt In-Game, Bruder muss los Geil on Da bin ich mal gespannt, weil wenn das jetzt funktioniert, Leute dann können wir auf jeden Fall doppelt und dreifach uns freuen Ja, die sind aber teuer, die kosten so 300 oder 400 Holz Für was, was kriegt man dann dafür? Eine Waffe Was für eine so? Ich weiß doch nicht, was das für Waffen sind Okay, Kelly, sollen wir direkt geisteskrank nach Tilted runter gehen? Gerade da wird die komplette Stadt jetzt verbombt werden Alter, da wird, oh mein Gott Da wird alles zerstört Aber das heißt, man kann sich ja nicht von der Nähe abschneiden Und raus Man kann sich nur von Weitem Ja, mit dem Raketenwerfer muss man schon aufpassen Also mit dem Raketenwerfer muss man schon dann ein Stück weit Distanz haben, da hast du recht Ah, ich habe einen mit dem Ding weggestoßen Was hast du? Ich habe einen mit meinem Fallschirm weggestoßen Das ist mir noch nie passiert Der ist daneben gelandet Okay, Kelly, unter uns ist jemand Oh, okay Das heißt Wir müssen direkt töten Von der Nähe kann der uns doch eh nicht erwischen, oder? Oh, Gott Alter Schwede, ist das krank Ich brauche diese Dingens, Kelly Oh, Gott Oh, Gott Okay, Kelly Let's go Alter Wow, hier ist einfach Krieg, Leute Okay, Kelly Bist du hinter mir? Ja, ich versuch's Oh, Gott, hoffentlich werden wir jetzt direkt abgeschossen Ich versuch's Wow Ich habe einen genockt Oh, mein Gott Er ist down, ich habe ihn getötet, alles gut Kelly, komm hier rein, komm hier rein, Lenkrakete, Achtung Kelly Okay, Kelly, komm mit Oh Oh, Kelly, nein Wie bist du gestorben? Von wo bist du? Nein Was? Alter Oh, mein Gott Er hat gekämmt Oh, mein Gott Man hat ja gar kein Überblick mehr Es ist ja pures Chaos Gar nicht Das ist mega Alter Ohne Wiss Gib einfach allen gestörten Raketenwerfern, es passiert sowas Hallo Wir gehen nach Tilted Ja, wir gehen nach Tilted Ja, wir gehen nach Tilted Okay, wir bleiben zusammen wie eine Crew, okay? Okay We are more fucking Team, man Oh, mein Gott Die werden sich auch Okay, man Alles klar Yay, oh mein Gott, wir sind echt alle zusammen Nein Help I knocked myself Oh, mein Gott Wo willst du? Ich kann dich retten Gib mir ab, gib mir ab Bruder, was machst du? Bruder, was los? Hilf mir doch Bruder Nein Ich kann dich nicht finden Ah Hast du irgendwas zum Healen? Ja Es hat einen Tragen Ah Komm mir um die Ecke Komm mir um die Ecke Nein Nein I'm done Ah Was ist da los? Ich bin so dumm Okay, Kelly, zurück zum Haus Raketenwerfer nehmen und raketisieren die Menschen, okay? Rrrr Raketisieren Mit der Rakete wird jetzt rasiert Bitte sag, hier ist eine Maffe Mann, hier ist keine einzige von diesen ganzen Raketen Okay, Kelly, wir können es jetzt maximal hier nach oben bauen Ich baue mich kurz nach oben Ja Das ist die einzige Chance, die wir jetzt haben Einfach irgendwie versuchen zu überleben, ja? Kelly, ich habe eine Kiste gefunden Okay, okay, okay Okay Ich habe einen Chuck Chuck und einen Egg Launcher mit 40 Granaten Was machst du? Wartest du jetzt oben? Ich schieße gerade auf Gegner Ja Okay, Kelly, pass auf Da unten liegt, glaube ich, ein richtig guter Loot, den wir jetzt holen können Okay Unser Team rasiert Ich habe nur diese Egg Launcher, das ist nicht gut, das ist nicht gut Was ist Egg Launcher? Ah, warte, ich sehe einen Ich schieße einen Kelly, unter mir ist einer, unter mir ist einer, komm her Wo? Der ist nicht, ach so Ah, nein Fuck Der ist bei mir, Kelly Der ist bei mir, der ist bei mir Wo, 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 ach da Okay, warte kurz, ich komme gleich Ah, ich habe Eier, ich habe Eier, oh nein Kelly, das bin ich, alles gut Ich brauche deine Hilfe, ganz schnell, ganz schnell Okay, okay Der Typ ist hier irgendwo Nein, Kelly, hilf mir Hilf mir, Kelly Nein, Kelly Hast du ihn? Okay, Kelly, komm hier runter Komm hier runter, hol mich hoch Ziemlich hoch, schnell Kelly, du bist eine Legende Wir schaffen es Okay, Kelly Oh, Lenk-Rakete Hier ist noch eine Raketenwerfer, Kelly, komm her Aha Achtung, ich fliege mit der Lenk-Rakete Wow, ich sehe dich Next Level Leute, wieso habe ich ihn nicht getötet Er hätte down sein müssen Kelly, Vorsicht, da kommt eine Rakete Du musst mich einbauen Du musst mich einbauen Ich bin bei dir, du bist noch weggefahren Okay, ich habe einen down Kelly, wir müssen weg hier Wir müssen ganz schnell weg hier Ich habe 5 AP Kelly, wir machen jetzt krankes Teamplay, okay? Okay Du machst die Tür auf Mach die Tür auf Mach die Tür auf Mach die Tür auf Mach die Tür auf Wenn ich sage jetzt Dann machst du sie wieder zu, okay? Okay, warte kurz Ich muss umschalten, okay? Achtung Schnell Okay, verstehst du das mit der Tür? Türe auf in 3 2, 1, jetzt Türe auf Türe auf Ey, ich gucke hier nicht auf, ich bin zu weit weg Jetzt Warte, jetzt Warte, da kommt eine Rakete Ah Oh, nein Nein Pauen, 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 pauen Okay, Kelly Okay, warte, ich muss mich hier neben die Tür stellen Dann mache ich die Tür auf Nein Scheiße Alter Der Typ stand 40.000 Kilometer weit weg Wie hat der das gemacht? Hä? Keine Ahnung, der ist mega weit weg Okay, Kelly, pass auf Wir gehen das jetzt Der ist mein Tomato Ja, ich raff's auch nicht Ich raff's auch nicht, Kelly Wir gehen das jetzt anders Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung Wir gehen jetzt woanders runter, Kelly, okay? Da waren ein paar geile Plays dabei Aber wir machen das jetzt anders, okay? Wir machen das jetzt anders und so geht es nicht weiter Okay Wir gehen jetzt woanders runter, wo es ein bisschen entspannter ist, ja? Alles klar Pass auf, wir gehen zu meinem Marker hinten unten, siehst du das? Ja, okay Okay, und da holen wir jetzt die Waffen und campen uns durch, Leute Wir holen das Ding, okay? Okay Ja Okay, Jungs, auf geht's Okay, da kommt noch jemand anderes hin Am besten Holz und Stein direkt sammeln Okay Ich hab einen Raketenwerfer Wow Yes Sehr schön, sehr schön, sehr schön Okay, Kelly Die Jungs sind noch sehr jung, aber sehr begabt Oh, okay Ich fahr mir noch schnell ein bisschen Material, Kelly, da pushen wir Begabte junge Jungs, magst du? Ja Lassen wir einfach wieder so stehen Kommentieren wir nicht, Kelly Ja, das ist klar Oh nein, einer von uns ist down, oh nein Ich muss ihm helfen, dem armen Climing Ah, fuck Hab ihn, hab alle down, alle down, alle down, alle down Mach mal doch den gezielten Jungs, wo sind... Jungs Oh Jungs Genau, wo man so springt mit So Und wenn ich es jetzt schaffe, da einen geisteskranken Kill zu machen Das wäre so schön, Kelly Mann ey, dein Ass sieht so cute aus in dem Bunny Kostüm Aha, dankeschön Aber ich finde, der ist auch ohne Bunny Kostüm wirklich süß Also ich finde den auch... Cute Ja gut Die Zone kommt, Kelly, wir müssen los Kelly, die Zone kommt Also du musst dich jetzt wirklich ein bisschen beeilen, ne? Ja, ich am trying Du, ich bin dicht hinter dir Das... Sag mal, was machst du denn da für Spielchen? Oh oh, die hat mich die Zone Haha Vor den Spieler, Kelly Okay Der denkt jetzt, du bist alleine, aber... Wo ist er? Aha Das ist ja viel geiler damit Weil du musst ja gar nicht genau zielen Ja, richtig Komm, Kelly, mach die fertig, mach die fertig Ey, hier sind voll mega viele Die sind abgehauen, die sind abgehauen Haha, wir machen euch fertig, ihr Penner Ja, Kelly, das sitzt, das sitzt, das sitzt Sehr schön, die sind down, die sind down Jaaa Sehr gut, Kelly Oh mein Gott, okay Gib mir das Jumphead, schnell Und dann kommen wir mit hoch, kommen wir mit hoch Komm, Kelly Aufs Jumphead drauf und losfliegen Dann schaffen wir das nämlich noch Okay, Kelly, alles gut Top Ten ist drin, komm schon, komm schon, komm schon, Kelly Auf geht's, Mann Ja, ich versuch's, die Zone hat mich gleich wieder Alles gut, alles gut, alles gut, Kelly Du schaffst es, du schaffst es ohne Schaden Vielleicht mit leichtem Schaden in die Zone Oh Ganz klein bisschen Schaden hascheln, das ist sicherlich in deinem Kopf drin Oh, du hast es geschafft Okay Oh mein Gott, ich schaff's ganz knapp Lauf, Kelly Lauf Schaut euch das an Yeah Okay, Kelly, dann machen wir weiter, komm Wir müssen uns wirklich vorsichtig aufhören, Kelly Ja, beim Trailing, ich geh sogar geduckt Ja, das macht keinen Sinn Na oh Komm Oh oh, was liegt da? Ja Nee, ich hör die nur hinter mir Okay, komm her, komm her, komm her Alles gut Laufen wir in den Wald rein und sind erstmal im Wald ein bisschen safe Wir können das schaffen, Kelly Wir können das ganz verdammt nochmal schaffen, okay? Ja Der Wald, den mag ich am liebsten, da ist man so sicher Ja, richtig, genau Weil hier ist es auch sauschwer mit Raketen, glaube ich, beworfen zu werden Ja Oh, was war das hinter mir? Das war ich, alles gut Ah, okay Flieg schon mal ein bisschen Erkundung Achso Kelly, komm links zu mir, komm links zu mir Pass auf Weißt du, was wir machen? Wir verstecken uns hier im Labyrinth, Kelly Ja, ich liebe dieses Labyrinth Okay, pass auf, Kelly Weißt du nicht, warum ich so starke Gefühle für dieses Labyrinth habe, aber es ist so Jedem das seines, sage ich immer, ne? Ja Da kann man sich aber stark verirren hier Kelly, hinter uns Oh, ey, das ist so gruselig Das galt uns, das galt uns, das galt uns Okay, Kelly, pass auf Du musst jetzt gucken, dass hier keine Gegner kommen Und ich schieße von hier aus mit Leuten mit Raketen Wie gucke ich denn da, bitte? Oh, sorry, das war ich Alles gut, Kelly Ich hab einen gelockt Ich hab einen gelockt Ich hab einen gelockt Ich hab 5 AP, ich hab 5 AP, Kelly Lauf, 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 lauf Oh Ups, ich hab mich selbst erledigt, glaube ich Nein 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 Wieso, wieso Ich hab den aber auch nicht gesehen Egal, Kelly Das war fast ein Win Das war fast ein Win Wir haben gut gespielt, Kelly Es ging nicht besser Leute Ich würd sagen Das war's mit diesem wunderschönen, exklusiven Video Mit der exklusiven Kelly Mrs. Fleela Schaut mein lieben Kelly vorbei, Leute Und lasst einen Daumen da oben da Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Macht's gut, haut da rein Bis zum nächsten Mal Tschüss, Kelly Tschüss